Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Völkchen, äh Ründchen, Völkchen, mein Volk, nee, zu einem weiteren Ründchen Minecraft, wir haben in der letzten Folge darüber geredet, so von wegen Zeitreisen und Paradoxen, Paradoxe, Paradoxin, Paradoxieben, keine Ahnung wie das in der Mehrzahl heißt, die da eben auftreten können, wenn du es genau wissen willst, über was wir geredet haben, dann musst du halt nochmal die letzte Folge angucken, ich will mich da jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen so, weil da, äh, verhassel ich mich nur. Auf jeden Fall, äh, ging es um diese Paradoxen und dass die Zukunft, äh, die, ähm, Natur solche Sachen gar nicht zulassen würde, eventuell, und das, äh, ist für mich eben einfach eine interessante Überlegung, uch, zu sagen, die Natur schützt sich selbst vor solche Paradoximen, Paradoxen, Angelegenheiten, und deshalb ist es gar nicht möglich, oder das ist gar nicht möglich, dass du, dass du dann irgendwas ändern kannst in der Vergangenheit, dass es dann trotzdem immer dazu kommt, zu dem, was eben passiert ist, ja, Angenommen, du willst einen Autounfall verhindern, dann reist du zurück in die Vergangenheit und du verhinderst auch den Autounfall, aber dann passiert irgendwie ein anderer Autounfall, oder ein anderes, äh, ähm, eine andere, ja, Problematik, die dann auf einmal dasselbe bewirkt, wie der Autounfall, und deshalb, ähm, ich muss grad hier zählen, ja, und deshalb, äh, ist das dann gar nicht möglich, die Vergangenheit so großartig zu ändern, davon gehen eben manche Wissenschaftler aus, weil man sich das eben noch nicht erklären kann, was denn da wirklich so ist, und dieser Einstein eben, das würde mich mal interessieren, wenn der in der heutigen Zeit leben würde, und die heutigen Technologien hätte, was der da alles so rausfinden würde, und, ähm, für Theorien aufstellen würde, das wäre sehr interessant, meiner Meinung nach. So, äh, man kann schon sehen, wie es hier wird, ne, es wird sehr poolig, so, da muss jetzt noch, ähm, natürlich Dings rein, würde ich eigentlich auch gerne aus Gemeißelten machen, aber wir haben leider keinen Gemeißelten mehr, ja, aber ansonsten finde ich das Thema auch sehr interessant, zum Beispiel, ähm, wusstet ihr, dass das Licht eine konstante Geschwindigkeit hat, oder eine, ähm, ja, wie nennt sich das, also, ein Versuchsaufbau, ne, das ist jetzt auch wieder vom Einstein irgendwie, und so, ähm, und der hat eben festgestellt, also, wenn man dann immer die Zeit und den Raum und Weg und, äh, Bewegung betrachtet, die kann man immer von zwei Seiten betrachten, einmal kann der Betrachter die betrachten, und einmal kann eben der Bewegte das betrachten, das heißt, wenn du jetzt auf einem Fahrrad sitzt, und ich sehe dich an mir vorbeifahren, dann hast du für mich, ja, ja, eine Geschwindigkeit, eine relative Geschwindigkeit, du bewegst dich mit dem Fahrrad an mir vorbei, so. Wenn du, ich bin dann quasi, ich laufe jetzt, also ich laufe mit 7 kmh, mit Schritttempo, laufe ich jetzt in dieselbe Richtung, wie du mit dem Fahrrad fährst, dann hast du für mich eine andere Geschwindigkeit, als für die anderen Leute, die da eben vorbeilaufen. Oder, äh, anders gesagt, mit dem Zug zum Beispiel, wenn du, du fährst mit dem Auto, ich stehe am Bahnhof, ein Zug fährt vorbei, und du rennst dem Zug so ein bisschen nebenher, dann hat der Zug für dich eine andere Geschwindigkeit, als für mich, weil ich stehe, und du rennst dem Zug hinterher. Das heißt, der Zug ist für dich etwas langsamer. Und das ist ja eben diese Relativität von Zeit und Raum. Und das ist nicht, beim Licht ist das eben nicht so. So, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Lichtstrahl losschicken, und ich fahre, und ich renne in dieselbe Richtung, und du fährst mit deinem Fahrrad in dieselbe Richtung, dann hat für uns das Licht dieselbe Geschwindigkeit. Und das ist eben die, das verrückt an der Geschichte eigentlich. Man würde ja meinen, dass dann für dich das Licht etwas langsamer ist, als für mich, weil du ja eben schneller, also dem Licht hinterher fährst, als ich. Aber das ist beim Licht nicht so. Könnt ihr mal nachgucken, ist sehr interessant. Ich weiß aber nicht, warum das so ist, und ich glaube, die Wissenschaftler wissen auch nicht, warum. So, wir gehen mal kurz da raus. Mir wird's hier gerade zu laut. Kommen Sie mal her, junger Mann. Ich hab, äh, ein Geschenk für Sie. Pum, pum, pum. Irgendwie voll laut auf dem Ohr. Ich muss mal leiser drehen. Ja, und solche... Ja, hier, hier ist die Tür auf. Na, komm. Na, na, du bist ja ein ganz braver. Na, guck mal, da kommen sie alle angeschniefen hier. Die wollen alle bei der Physikvorlesung hier mitmachen, ne? So, da kommt ein ein Brogenschütze. Ja, komm mal her, mein Kleiner. Wir haben keine, wir haben keine Dings mehr, ne? Keine Nederquarzen mehr. Es kann sein, dass wir bald in den Neter müssen, um Nederquarzen zu holen. Ein paar haben wir, glaube ich, noch im Lagerhaus, aber so viele sind das auch nicht mehr. Was denn da? Auch eine Spinne, dass die so leuchten müssen. Hä, penetrante Spinnen hier. Okay, da oben ist der Bogenschütz und da muss irgendwo noch eine Höhle drin sein. Ach, natürlich. Da ist ja... Haha. Die spawnen da drin, obwohl es da hell ist. Ey, guck dir es an. Das ist ja mal... Also, da müssen wir echt aufpassen, hier drinnen. Da müssen wir hier doch vielleicht noch zwei, drei Fackeln extra hinhängen. Dann stellen wir da noch was hin. Also, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hell genug hier drinnen ist, aber ich glaube, es ist nicht so. Und da oben würde ich jetzt gerne sowas hier machen. Ich fange mal da vorne an. Aber ich habe jetzt keine Slabs mehr. Aber ich glaube, wir haben ein Lagerhaus. Haben wir noch ein bisschen was? Habe ich ja letzte... Vor der letzten Aufnahme habe ich da noch mal geguckt. Guck mal da. Guck mal da. Aua. Arsch... Arschrammel. Verschwinde! Du wirst dich doch wohl benehmen. Nicht, dass der explodiert. So. Wo kommen die alle hierher? Da, das gibt es doch gar nicht. Ist doch... Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass es hell genug ist, hier drin. Und hier würden wir natürlich... Ah, die können auch... Naja, vielleicht sind die auch einfach nur hier reingefallen. So. Und hier könnten wir natürlich dann den nächsten... Die nächste Räumlichkeit reinbauen. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas würde da uns auch noch einfallen. So, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Beim Licht waren wir stehen geblieben, dass das Licht immer eine konstante Geschwindigkeit hast. Egal, ob du dich auf das Licht zubewegst oder nicht. Oder dich von dem Licht wegbewegst oder nicht. Ja, das ist das Interessante. Und deshalb sind ja auch Forscher irgendwie dahinter gekommen, dass man schneller als das Licht reisen könnte. Das heißt, du nimmst irgendwelche Partikel oder sowas, die dann eben auf dem Licht reisen und sich trotzdem noch auf dem Licht vorwärts bewegen. Ähnlich wie wenn du am Flughafen auf so einem Rollband stehst, was dich nach vorne bewegt und du läufst dann trotzdem noch ein bisschen. Dann hast du ja auch wieder eine relative Geschwindigkeit. Gegenüber eben, wenn du dann... Also da ist deine Geschwindigkeit ja eine andere, als wenn du jetzt einfach so laufen würdest. Sehr interessante sehr interessante Geschichten auf jeden Fall. Da könnte ich... Oh, da könnte ich den ganzen Tag könnte ich mir in so einen Scheiß reinziehen. Finde ich sehr gut. So, da fehlt doch jetzt... Wieso fehlt denn da jetzt ein... Mann, ey. Scheiß Monster. Ich wünsche, es wäre Tag, dann könnte man jetzt mal schön... aber ich... Also schön ins Lagerhaus gehen. Oh, da ist ja... Gar nicht gesehen. Mich trifft der, aber ich kann ihn nicht treffen oder was? Guck mal. Wie unfair. Hässliche Fratze. So, jetzt müssen wir hier warten. Scheiße. Ich würde hier gerne Slaps reinzimmern. Oh, ich glaube, das könnte ganz neckisch werden hier drinnen. Und hier hinten, wir brauchen natürlich dann auch noch, äh, wo dann die Herrschaften sitzen und in so Badehäusern wurde ja auch früher so in altem Rom und so wurden da ja auch Geschäfte abgeschlossen und so. Da haben die ja dann immer da so da gesessen auf so Bänken und wie so Stufen waren das. Das machen wir jetzt auch hier hin. So, Moment. Ähm. Da habe ich eine Reihe zu viel weggemacht. Das hätte ich eigentlich lassen können. So. Weißt du, da kann man sich dann auch so hinsetzen und da ist die nächste Reihe. So. Pam, 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 pam. So. Und da sitzen die dann da und können ihre Geschäfte aber klären. Oder so. So, da oben, da muss dann auch noch Weiß reinlegen. Da kann man mit Slabs zu machen. Das ist gut. Da hinten muss noch rein. So. Da muss auch noch rein. Jetzt wird es Tag. Jetzt können wir mal schnell ins Lagerhaus gehen. Natürlich aufpassen, weil wir müssen ja durch den Wald und nicht, dass da irgendwelche... Ja, da oben tanzt noch ein Andy rum. Da steht noch ein scheiß Creeper-Penner. Vielleicht kommt der ja runter, wenn wir den mal hier so ein bisschen antriggern. Na, der ist zu weit weg. Wo kam der denn her? Penner. Boah. Heißt ja nicht umsonst hier Creeper-Land, weil wir haben ja schon in der ersten Folge festgestellt, dass hier ziemlich viele Creeper-Penner rumrennen. So, ich will mal hier den Scheiß schon mal mitnehmen. So. Oh, hier drin müssen wir ja auch noch fertig machen. Scheiß, die Wandern. Wir haben noch so viel zu tun. Der Eingang ist auch noch nicht so pompös, wie er eigentlich sein soll. Man muss doch sowas wie eine Burgmauer einmal außenrum oder sowas. So, und jetzt müssen wir hier Scheiße, Scheiße, Scheiße. Hoffentlich ist da jetzt kein Creeper. Ich renne hier einfach mal durch. Hier ist nämlich sehr dunkel. Also hier kommt nicht so viel Sonnenlicht hin. Was bedeutet, dass die Creeper auch nicht so schnell verschwinden. So, mal kurz was essen. Aber es sieht schön aus hier. Oder nicht. Und weiter geht's. Lauf, lauf. Lola, lauf. Lola rennt. Kennt den Film überhaupt noch einer von euch? Der ist ja schon sehr, sehr alt. Wupp, wupp. So. Und dann gucken wir mal, was wir da noch in den Kisten haben. Ich meine da noch zwei, drei zumindest mindestens Quarze müssten wir noch haben und daraus dann eben Blöcke zu machen. Jetzt hängt das wieder hier. Das gibt's doch nicht. So, hier haben wir schon alles ein bisschen begrünt mit, ähm, Knochenmehl. Schön sieht's aus. Bis auf die Wolken sind noch ein bisschen pixelig. Kriegen wir aber auch noch hin. Versprochen. Wenn das geupdatet wurde, hab ich's sofort drauf. Ich hab eben noch kurz vor der Aufnahme geguckt, ob das Shader-Pack draußen ist. Es ist immer noch die Preview. So, ähm. Ach ja, erst mal wir gekoppel loswerden hier. Na. So, da rein. Erde haben wir auch noch. Ist das Kies? Ja, das Kies. Dat da kommt da rein. So. Knochenmehl können wir uns mal mitnehmen. Hier. Dann machen wir unterwegs noch ein bisschen schön grün. So, nee, da Quarze waren hier drinnen, ne? Nee. Da? Nee, wo waren die der Bräder? Da hinten? Wo waren die da drinnen? Wo waren die drinnen? Ohne Mann! Verdammt! Und jetzt hängt die Framerate auf einmal wieder in. Ich versteh's nicht. Ah, hier waren die drinnen. Guck mal da. So. Da haben wir sogar noch ein paar. Müssen wir bald wieder in der Neta fahren, um die zu machen. So, das bedeutet so. Oder müssen wir die backen? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah. Wie waren das nochmal? Ach, zum Glück nur so. Sonst wären das ziemlich teure Blöcke gewesen. wasn't. Oho, lo, 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 lo. So. Nächstes Lied. Na, was mach ich denn da? So, so und so. Pam. Sind nicht so viele. Könnt knapp werden, weil wir brauchen ja auch noch Scheiße, Scheiße. Ich glaube, wir müssen mal noch wieder einen Neta. Machen wir auch dann in der nächsten Folge oder so. Und dann aber auch ohne den Shader, weil ich glaube, der ist im Nieder nicht so mega gut. So, das sind nur 60. Scheiße. Das könnte knapp werden. Das ist klar. Das können wir jetzt erstmal... Haben wir das irgendwo da drinnen? Da oben. Kies haben wir hier. So. Wir nehmen mal noch so Birken mit. Ja, aber nicht so viele. Sagen wir mal so. Na, so. Davon brauchen wir noch ein paar. Müssen wir ja noch setzen. Dann können wir auch ein bisschen Laub mitnehmen. So. Ähm. Was brauchen wir noch? Verdammt. Ich brauche noch was. Ich weiß es. Ich weiß es genau und ich habe es vergessen, was es ist. Spitzhacke müssten wir reparieren. Bevor wir in den Nieder gehen. Ach, Eimer. Siehste, genau. Gut, dass du es sagst. Eimer muss ich mitnehmen. Wasser. Hier. Drei Eimer. So, und dann springen wir kurz rein. Kann ich von hier unten drinnen? Kann ich da Wasser holen? Ja. Geht. Sieht cool aus von hier unten irgendwie. So schön grün. Aber es sieht generell sehr gut aus. Mir gefällt ja unsere Welt und unser Shader hier sehr gut. Das geht euch mit Sicherheit schon auf die Nerven, dass ich das die ganze Zeit sage. Aha. Zum Glück kein Creeper. So, das Schwert fällt auch bald auseinander. Ach ja, die Bäume sind ja so komisch weiß hier. Na, da flimmert es immer mal überall. Aber wie gesagt, das liegt auch häufig daran, dass dann auf einmal irgendwas auf einmal nicht mehr passt hier. Weil Java irgendwie dann neu installieren muss. Oder irgend so ein Scheiß. Das geht mir ganz schön auf die Nerven. Huch. So. So, hier wollte ich eigentlich noch einfach mal so ein bisschen, dass man sieht, dass wir hier auch in der 1,7er sind, ne? Ja, da ist irgendwo eine Kuh unterwegs. Ach, da waren wir schon. Siehste. Da müsste noch Gravel alles verlegt werden. Wieso hagelt das jetzt? Wir haben 60 FPS und das hagelt. Komisch. Was da unten? Da müsste man eigentlich... Hier könnte man einen kleinen See machen, der sich dann hier in dem See, ja, entstreckt oder entgießt eben. Ach doch, da haben wir ja auch schon hier so gesetzt. Okay. Oder war das automatisch so? Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir hier das gemacht haben. Komme ich hier wieder raus? Scheiße. Naja, komm. Hier so. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Hauptsache, wir haben hier mal so ein paar hohe Büchchen dabei. Die finde ich ganz schön. Und hier war es so ein bisschen nackig, deshalb habe ich es wahrscheinlich auch mitgenommen. Das sind hier nur noch sechs Stück. Zack, zack. So, und jetzt müssen wir hier mal noch. Das sind Eichensetzlinge. Da muss natürlich noch hier alles, äh, ein bisschen dichter werden. Braucht nicht so mega dicht zu sein, aber... Na, der Scherennagel voll, richtig dicht. Hier ist ja unser See. Machen wir hier auch schon noch Bäume hin? Ja, oder? So ein paar. Können wir ja machen. Jetzt habe ich hier so einen Haufen Bäume hingenommen. Ich weiß gar nicht, warum. Hier noch 64 Öcken haben wir hier. Ich will jetzt jetzt gar nicht mehr so arg dicht haben, dass so ein Stamm an Stamm steht. So, dass man da gescheite Wege durchbauen kann. Alles selbst angepflanzt hier. Alles aus eigenem Anbau. Ach, guck mal unsere Burg, wie schön. Ja, sieht schön aus hier. Es ist eine schöne Welt. Manchmal wäre ich auch mal gerne im Mittelalter, würde es mir angucken. Das ist ja aber auch so eine Überlegung, ne? Wo würdest du denn gerne im Mittelalter sein? Das Problem ist nämlich, wenn du in den Städten bist, ne? Dann hast du irrsinnig Probleme mit Hygiene und mit Pest und so ein Kram. Aber wenn du auf dem Land bist, musst du halt auch gucken wegen Plünderern. Und vor allem ist es alleine immer schwerer, sich irgendwo durchzuschlagen, als in der Gruppe. Das sieht man bei Rust zum Beispiel. Und ja, auf dem Land haben sich ja auch häufig Leute versammelt. Der eine war dann ein Schmied, der andere war irgendwie ein Bauer für irgendwas, hat irgendwas angepflanzt und so. Also es ist nicht verkehrt, in der Gruppe zu sein. Da ist irgendwo ein Monster unterwegs. Lassen wir auch mal in Ruhe. Und da, ich würde es mir ja gerne mal angucken, aber Leben ist, glaube ich, nicht ganz einfach dort. Aber mal gucken, was die Zukunft noch bringt, was für Möglichkeiten wir in der Zukunft haben. Vielleicht kann man ja wirklich zurück in die Vergangenheit mal reisen, oder zumindest sich das angucken. Also, dass man nicht zurückreist, sondern irgendwie ähnlich wie bei Déjà-vu, bei dem Film Déjà-vu. Ich weiß nicht, ob den einer kennt. So, warte mal, hier muss dann ein Weg hin. Ne, der geht dann da rein. Dreier Weg. Ist das ein Dreierweg oder was? Hm. Ist ja schon wieder Nacht. Und wir haben einen Folgenwechsel. Bis zur nächsten Folge. Ciao.